Hallo YouTube, ich bin Cigar Let's Play Lorus und ihr seht hier mein Desktop. Ich wollte mal kurz erklären, wieso in letzter Zeit, wahrscheinlich vor der nächsten Zeit, nicht so viele Minecraft-Videos kommen. Am besten zeige ich es euch. Das ist meine Maus. Hier. Kann ich das hier einstellen? Keine Ahnung, ich nehme noch nicht so lange mit Camp Daisy auf. Na gut, hier. So, das öffne ich jetzt mal. So, hier seht ihr dann... Ne, das ist falsch. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ich will wieder zurück, zurück. Die, die, da gucke ich mal, ob ich die noch... Äh, Let's Player. Ich wollte eigentlich auf Minecraft. Ja. Und auf... dann... Minecraft. Ich hab schon alles probiert. Es ist fucking unmöglich, auf diesem Computer Minecraft zu spielen. Okay, ich starte mal... Minecraft. Wer... bekommt jetzt einer da... äh... da, dass das nicht gehen würde mit der gecrackten Version? Wo ist der fucking Unterschied? Und sowieso, ich hab die Originale. Zwar nicht gekauft, aber die Originale. Und hier geht nichts. Ah, okay. Und bald öffnet es dann auch irgendwann mal, hoffe ich, mal... Also, das ist jetzt scheiße... Das jetzt so zu zeigen. Aber, das kriegen wir schon noch hin. Achso, ich krieg immer, wenn ich Minecraft probiere, zu starte, diese Fehlermeldung. So, ich hoffe, die öffnet jetzt auch irgendwann mal. Ja, eine kann ich davon schließen. Ja. So, I feel so... A fatal error has been detected by Java Runtime Environment. Hä? Warte, ich markier's euch? Hä? Nö. Gut, hier, hier. Hier, Original. Wie ihr sehen könnt... Oh, je! Es ist draußen. Hier, das Originale. Wie ihr sehen könnt. Ich hab jetzt dreimal immer... Ach, scheiß drauf. Ich hab viermal mal Minecraft geöffnet. So, gut, hier. Schließen. Schließen. Und schließen. Dann hier gehe ich auf Play Offline. Dann lädt ihr das hier auch. Und, 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 es passiert nichts. Fucking nichts. Nichts. Und plopp, da ist eine neue Datei. Pff. Das ist natürlich nicht gut. Und das macht mich ein bisschen sauer. Aber, naja, ich hab ja hier auf dem Computer noch andere Sachen, die ich spielen kann. Terraria geht auch nicht hier drauf. So, ich hätte hier noch Doom 64, Duke Nukem 64, Paper Mario, Super Mario 64, Super Mario Bros. 3 und Super Mario Bros. 1. Jetzt. Ja, die könnte ich noch alle spielen. Könnt mir noch mehr holen dann. Ich glaub, die sind schon ziemlich viele. Fragt mich am besten gar nicht erst wegen dem Hintergrund. Ich werd's euch eh nicht sagen. Warte, um euch noch neidischer zu machen. Passt auf. Ja, geh ich auf Bilder. Ne, warte. Jetzt kann ich auch über was anderes machen. Ja. Eigenschaften. Eiferst du jetzt mal die Eigenschaften oder ich dreht dir in die Eiercomputer. Wartet mal. So. Und seid jetzt neidisch? Bei dem seid ich euch auch nicht sagen, woher. Also. Ähm. Ja. Da würd ich mal sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Nach so fünf Minuten rund hier. Weiß nicht, ob ihr's sehen könnt, weil ich kann meine Maus kaum sehen. Weil die flimmert so. Also. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.